Grüß Leute und herzliches Dankeschön. Danke an 100 Abonnenten. Ich weiß jetzt nicht, zum wieviel Mal ich das Video anfange. Es fällt mir einfach schwer, die richtigen Worte zu finden. Ich bin echt dankbar über jeden Einzelnen, der da ist und wollte euch einfach einen kleinen Einblick geben, warum ich überhaupt angefangen habe, YouTube-Videos zu machen und wie es mit dem Kanal weitergehen soll, was meine Pläne, meine Ziele sind. Und zwar habe ich einfach angefangen mit YouTube, weil das im Moment, ich glaube nicht nur für mich, sondern auch für alle andere oder viele andere, schwere Zeit war und mir YouTube mit meinen Freunden und meiner Familie zusammen ziemlich gut über die Runde geholfen hat, möchte ich mal so sagen. Und dann war meine Intention einfach, okay, vielleicht kann ich andere ja auch was Gutes tun damit. Und wenn es nur die halbe Stunde am Tag ist, die man dann abschalten kann. Deswegen habe ich angefangen und deswegen macht mir das auch so Spaß und auch mit eurer Unterstützung und auch mit eurer Rückmeldung, wenn ihr Kommentare schreibt und so, das macht einfach riesig, riesig Spaß. Und da bin ich echt dankbar dafür. Ich bin froh, dass ich angefangen habe. Ich bin froh, dass ihr alle da seid, jeder einzelne von euch. Und ja, also ich möchte in Zukunft auf jeden Fall weiterhin jeden Tag mindestens ein Let's Play bringen. Ich weiß natürlich auch, dass viele von euch, ganz ganz viele, jetzt nur wegen Paluten da sind oder mich über Paluten gefunden habt. Das ist für mich aber gar nicht schlimm. Ich bin wirklich froh über jeden einzelnen, der da ist. Und ich werde auch schauen, dass ich in Zukunft der ein oder andere Simulator dann mehr mit reinbringe. Das Hauptaugemerkwert allerdings auf das Survival Let's Plays bleibe, weil ich das einfach schon immer spiele und weil mir das auch am meisten Spaß macht. Allerdings gibt es auch ziemlich viele Simulatoren, die mir Spaß machen und so habe ich ja angefangen. So möchte ich gern weitermachen und ich hoffe, dass wir noch viel Zeit miteinander verbringen können, dass ihr weiterhin Spaß an meinem Kanal habt. Und ich wollte einfach ein ganz dickes Danke aussprechen, dass in so kurzer Zeit schon so viele da sind, damit hätte ich niemals gerechnet. Danke einfach dafür. Vielen, vielen Dank.